Wie ich es geschafft habe, in 10 Jahren Basketballprofi zu werden. Ich nehme euch heute mal 3 Tipps. Angefangen als 6-jähriger Junge, habe ich fast kein Training verpasst. Keine Schulaufgabe oder Schularbeit hat mich davon abgehalten, zum Training zu geben. Denn ich habe Schule immer noch gleichzeitig hinbekommen. Das heißt, nur Time-Management und ein bisschen Disziplin und schon kriegt ihr es hin. Und ihr könnt jedes Spiel spielen. Gleichzeitig schickt euren Stundenplan an eure Trainer und fragt, ob ihr extra Training machen könnt. Extra Athletiktrainer oder extra Individualtraining ist super wichtig, um euren Körper erstmal in den Shape zu bekommen, überhaupt Profi zu werden. Und dann natürlich Beast-Mode anschalten. Ihr müsst einfach unangenehm sein und einfach der krankeste Hustler auf dem Kord sein.